Was kümmert mich mein Geschwätz von gestern? Wir erteilen einer Ausweitung der Zuwanderer aus Drittstaaten eine klare Absage, denn sie würde die Integrationsfähigkeit unserer Gesellschaft überfordern. Verstärkte Zuwanderung würde den inneren Frieden gefährden und radikalen Kräften Vorschub leisten. Nach der Wende predigten sie uns strengsten Manchester-Kapitalismus, nur Arbeiten und Sparen. Dann kam die Finanzkrise und plötzlich hatte es haufenweise Geld für die Griechen, die sich in den Euro hinein betrogen hatten. Und heute die Flüchtlinge, die bekommen Geld ohne zu arbeiten. Das empfinden die Leute als ungerecht. Zu Recht. Wir erteilen einer Ausweitung der Zuwanderer aus Drittstaaten eine klare Absage, denn sie würde die Integrationsfähigkeit unserer Gesellschaft überfordern. Verstärkte Zuwanderung würde den inneren Frieden gefährden und radikalen Kräften Vorschub leisten. Zitat Ende. So steht es geschrieben im Wahlprogramm der CDU-CSU von 2002. Aber Sie haben nicht geklatscht. Das war eine korrekte Prognose. Die Frage ist nur, verehrte Kollegen der Union, warum haben Sie das nicht beherzigt? Nach der Wende predigten sie uns strengsten Manchester-Kapitalismus, nur Arbeiten und Sparen. Dann kam die Finanzkrise und plötzlich hatte es haufenweise Geld für die Griechen, die sich in den Euro hinein betrogen hatten. Und heute die Flüchtlinge, die bekommen Geld ohne zu arbeiten. Das empfinden die Leute als ungerecht. Zu Recht. Zitat Ende. Von Frau Hermenau, ihrer früheren sächsischen Vorsitzende. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017